willkommen zu einem neuen let's play and talk atlas fallen hier auf genx reloaded schön dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja die gestrige folge war ja ein bisschen sehr kurz mit 20 minuten also knapp zehn minuten kürzer als sonst weil ich halt einfach extrem gefrustet war und ich wollte auch nicht die restlichen zehn minuten nur voll grummeln wollte denn das habe ich gestern nicht aufgeregt dass ich diesen blöden das blöde vieles nicht platt gemacht habe platt bekommen habe und obwohl das eine mal war ja auch wirklich ganz knapp aber ja auch knapp daneben ist vorbei und oder knapp vorbei ist auch daneben ja die frage ist jetzt nur ob wir das halt gleich noch mal versuchen oder ob wir uns jetzt stärker machen da bin ich nämlich eigentlich fast führer wir sollten jetzt in der lage sein die alte struktur aus haben wir doch schon ja gut ich werde mich hier glaube ich noch mal umgucken vielleicht kann ich hier noch in zwei phantome plätten mir so noch jetzt entschaub besorgen gut aber Dup-dup-dup-dup-dup-dup. Adon. Ja, ich weiß. Ich bin mir hier noch ein bisschen im Komunenst. Ah! Und da kommen wir hier auch. Wee! hey kann doch nicht sein, dass ich hier schon alle so platt gemacht habe das glaube ich hier nun auch nicht auch diese Fluren weib einfach deswegen yah behind Seltsamer Jäger. Dem hab ich schon mal geschnackt noch. Okay, dann nicht. So, wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? So, hier auch schon überall, scheinbar. Weil hier liegt einfach nix. So, hier ist es, kann ich natürlich. Tidip, tiriip, tiriip. Tidip, tiriip. Tidip. 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 Ach, da ist das Ende der Welt. No. Das Ende der Welt. Tidip. 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 Ich verstehe auch nicht, warum hier keine Gegner sind... Einen könnt ihr mir doch mal eben... Ich bin hier... Nein, ich bin hier... Das sieht aber schon fiesig hier aus, um ja ganz ehrlich mal so zu sagen. Kann doch nicht. Okay. Okay. Na gut. Ach ja, genau. Genau. Ähm. Ich wollte hier diesen... So. Ähm. So, dann tue ich den da nämlich wieder rein, weil ich habe es ja da mit mehreren Gegnern zu tun. Und ähm. Ich glaube, das ist dann ein bisschen besser. Äh. Ja. Und man merkt halt bei dem Kampf wieder überdeutlich, dass... Oh, noch mal. Warte. 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 Hier die Toms in der Nähe. Bereite dich vor. Aber mit Gamepad würde das wahrscheinlich noch einiges besser. Hilfe! Wir sitzen hier hinter Fallen. Äh. Und. Oh. Und. 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 Ah! Hey, Versaubtengma! Ich hab... Ich... Alter, ich hab... 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 Ich habe ihnen geholfen. Das ist schon lange her. Ich war eine Fährtenleserin und habe Pfade durch die Einöde gesucht, damit sie unentdeckt bleiben konnten. Ich wurde aufgegriffen und zur Namenlosen gemacht. Jeder, der davon wusste, war in Gefahr. Dass ich das geheim gehalten habe, tut mir leid. Du kannst ihnen vertrauen, so wie wir dir vertrauen können. Okay. Pass auf dich auf, Finderin. Du auch. Wenn du mit der Königin fertig bist, sollten wir weiterreden. Ich muss dabei helfen, dieses Dorf zu schützen. Es ist so viel passiert, seit ich sie das letzte Mal gesehen habe. Alles hat sich verändert. Du bist über sie hinausgewachsen. Über deine Vergangenheit hinausgewachsen. Du verfügst über die Macht einer Gottheit. Ach, habe ich doch bekommen. Ja, das wäre auch ein bisschen, wir sind sehr gemein gewesen. Ich hatte ja keine Möglichkeit, mir den Senzstein zu holen. Er wird jegliche Heilung erheblich, die du erhältst. Gleichzeitig wird deine Verteidigung nach jedem erhaltenen Heilung 10 Sekunden lang verringert. Verringert? Wieso verringert? Warum verringert? Bitte, du wirst hier etwas finden. Ich muss mich jetzt mal umgucken. Irgendwo muss ich... So, erstmal muss ich... Ist hier? Seid gegrüßt. Ich wünschte, ich könnte dir etwas zu trinken anbieten, aber... Ja, wir haben nicht viel. Mein Problem. So, so, so. Da oben ist der... Der... Hey. 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 Gern, Boss. Wollte ich sagen. Oh. Oh, tssst. Oh. Tsss, tsss, tsss. Oh. Sehr gut. So. Habe ich mich hier das letzte Mal überall angeguckt? So umgeguckt? Wichtig. Ja, hier stimmt ja genau. So ist die Finderin jetzt. Unser Dorf könnte eines Tages wieder für Händler interessant sein. Das würde der Königin nicht gefallen. Ich verkaufe alles, was ich jemals verkaufen ließ. Gut, du hast mich erwischt. Ich habe wohl ein wenig übertrieben. Aber ich verkaufe viel. Ich habe schon nach dir gesucht. Du könntest etwas für mich erledigen. Was denn? Was wäre das? Ich musste mein Lager in der Nähe des Wachtturms im Norden aufgeben. Ich habe ein Artefakt dort zurückgelassen. Ich habe eine Wache geschickt, aber nichts mehr von ihr gehört. Vielleicht hast du mehr Erfolg. Natürlich nicht ohne eine Belohnung. Eine Rezeptur für einen Essenzstein. Als Gegenleistung für mein Artefakt. Ach. Gut, ich mache das. Was genau ist dieses Artefakt? Die nichts an. Wunderbar. Es ist ein altes Instrument. So in etwa ein Brett mit Knöpfen und Seif. Mhm. Ich will nur handeln. Im Moment bin ich am meisten daran interessiert, Handwerkszeug aus alten Zeiten zu erwerben. Hast du auf deinen Reisen zufällig welche gefunden? Ja, viel hat er sich selber nicht gebracht, ey. Was hat er denn hier noch? So eine Abwehr. Einander Treffer. Stahlwut. Gute Sachen bei. Vielleicht nochmal gucken. Wir sind noch nicht stark genug um das zu zerstören. Ja, man kann es ja mal probieren. Man kann es ja mal probieren. So. Was wolltest du noch? Ja. Ja. Er stellt keine Gefahr mehr dar. Ich wurde von der Kommandantin geschickt, um Kontakt mit dem Bergbaudorf aufzunehmen. Ich warte jetzt nur noch auf meine Schwester. Ich hoffe, ihre Reisen verlaufen etwas reibungsloser als meine. Yay! Warum versuchen alle das Dorf vom Sand zu befreien? Das ist wirklich sinnlos. Wir dürfen die Stadt nicht verlassen und können nicht in der Mine arbeiten. Aber wir haben ein Feuer. So. Hier geht es in die Mine. Hier. Etwas. Gibt es eine? Haben wir das. War das noch? Na, da? Nee denn hier. Ah. Hier gibt's nicht noch. Hier könnte ich auch noch mal hin, hier abgeben. Hier da oben noch. Wichtige Nebel. Das verlassene Namen. Problem. Okay. Oh, schon. Gut, so hast du es geschafft. Kann man ja ruhig so sagen. Ja. Alles klar. Gut. Ja, das ist doch das perfekte Ende, würde ich sagen. Ähm. Bevor wir dann in die Mine gehen, morgen. In der nächsten Folge. Ja. Ist doch nice. Richtig nice. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass ich es geschafft habe, dass wir es geschafft haben. Das blöde Viecher nicht platt gemacht haben. Gestern weiß ich auch nicht, was da los war. Aber gestern war jeden allgemein ein bisschen schlechterer Tag bei mir. Und das hat sich vielleicht auch auf meinen Spielen niedergeschlagen. Aber jetzt haben wir es ja geschafft. Und jetzt können wir in die Mine, können wir dieses Zeug da holen. Damit wir den Essenzsegen unterbrechen können demnächst. Gut. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch bitte einen Daumen nach oben da an. Aber während er heißt, teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt sicher. Bis dann.